Wir sind heute im Berliner Friedrichstadt-Ballast zur wiederaufgenommenen Show Kein Schnee-Chaos und was hier auf der Bühne abgeht, das sehen wir jetzt. Leute, da draußen gibt es ein Problem. Wir müssen den Winter retten, sein Frost kann zurückkriegen. Wir müssen in die Fabrik von Hans-Heinrich Hitzehaus. Der Frost-Kern ist mit einem Zahlencode gesichert, mitten im Zentrum der Fabrik. Kein Winter, kein Problem, wir stellen hier alles her. Kein Winter, kein Problem, wir stellen hier alles her. Der Winter ist wichtig. Kein Winter, kein Problem, alle sind glücklich hier. Kein Winter, kein Problem, ja wir sind glücklich hier. Und wenn wir den Winter nicht retten, kippt das ganze System der Natur. Weg mit dem Winter, wer braucht denn schon Schnee? Uns geht's auch gut hier und Kälte zu weh. Weg mit dem Winter, ja Winter, ade. Wir haben Spaß hier und keiner braucht See. Das waren einige bewegte Bilder aus der neuen Show Keinen Schnee-Chaos. Die Show läuft jetzt im Berliner Friedrichstadt-Palast bereits und vorab habe ich mit einigen Kindern gesprochen. Ja, ich stehe jetzt hier in der Mitte der jungen Künstlerin und ich möchte Ihnen ein paar einmal vorstellen mit den Namen vielleicht und mit den Rollen, die Sie heute spielen. Neben mir steht Paula und du spielst die? Ähm, also ich bin ein Partygast und ein Arbeiter. Und neben mir stehen dann Zwillinge, die... Wir sind auch Partygäste und Arbeiter. Und du bist die... Anna. Anna und die... Ich bin die Judith und ich bin auch Partygast und auch Arbeiter. Und ist das für euch die erste, der erste Auftritt, die erste Rolle, die ihr hier spielt? Oder seid ihr schon Profis? Ähm, also für mich ist es jetzt die dritte Show. Ähm, ja. Für uns ist es die fünfte Show. Die fünfte Show, also für euch beide? Ja. Ihr seid Zwillinge, vielleicht muss man das dem Zuschauer noch mal sagen. Ihr habt ja euch schon jetzt, wart schon in der Maske gewesen und habt ihr, ähm, schon noch Lampenfieber? Also, ich schon. Ich bin, ja, ich bin auch sehr aufgeregt und hab auch Lampenfieber schon. Aber die Paula ist Profi. Also, ähm, ich, also ich hab nicht so viel Lampenfieber, aber wenn man dann auf der Bühne steht und die ganzen Leute sieht, dann ist das schon ganz schön krass. Dann frage ich dich gleich mal, wie bist du eigentlich dazu gekommen, hier am Friedrichstadtpalast zu spielen? Ähm, also ich hab vorher ja Leistungssport Eiskenslaufen gemacht und das wurde mir dann zu viel und dann hab ich was Neues gesucht und, ähm, ja, hier gab's dann so eine Ausschreibung, dass man hier hinkommen konnte, ähm, so als Quereinsteiger und das hab ich dann gemacht. Die Kinder haben's schon angesprochen, einige von ihnen werden mehrere Rollen übernehmen. Zum Inhalt der Show ganz kurz. Stellen Sie sich vor, es ist Winter, kein Schnee ist da, die Kälte ist geraubt. Die Kinder werden in ihren Rollen im Laufe der Show versuchen, aus der Hand eines bösen Fabrikbesitzers die Kälte zurückzuholen. Über ihre Rolle in der Show hab ich vorab mit einer der Darstellerinnen, Jolie Francesco, gesprochen. Also ich spiel heute drei Rollen, einmal die Missy O, was ich grad anhabe. Ich bin eine verrückte Zwillingsschwester und ich singe und ich tanze. Meine zweite Rolle ist eine Sekretärin, dort begleite ich den Hitzeheiß und singe auch für ihn und als letztes bin ich ein Schneehase. Schon aufgeregt? Ja, jetzt geht's noch, aber die Aufregung wird kommen, wenn ich auf der Bühne stehe. Du machst so einen routinierten Eindruck. Ist das deine erste Rolle? Nein, ich bin schon seit fünf Jahren hier und deswegen ist das nicht meine erste Rolle. Aber ein bisschen Lampenfieber gibt's noch oder kommt das jetzt noch, wenn du weiter die Minuten drauf zählst? Lampenfieber ist immer da, aber es wird noch kommen. So zehn Minuten bevor es losgeht, wird das Lampenfieber kommen. Und neben deiner Rolle, die du hier spielst, gibt's dir hier am Haus auch eine Ausbildung. Was genau übst du hier ein? Also die bringen uns ganz viele Sachen bei. Zum Beispiel früher konnte ich nicht so hoch singen, aber die haben mir beigebracht, wie ich höher singen kann. Und auch das Tanzen war immer eine kleine Schwäche von mir, aber die bringen einem das so gut bei. Und man lernt einfach sehr viel für das Leben. Das waren unsere Eindrücke aus dem Berliner Friedrichstadtpalast von der neuen Show Kein Schneechaos. Sie läuft hier im Berliner Friedrichstadtpalast noch bis in den Januar. Und damit gebe ich ab ins Funkhaus. Tschüss und bye bye. Hier ist es, Ò active. Bye. Vielen Dank.